Wir haben diese eine große Aufgabe hier und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe, sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Kuga. Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Deputy. Kennst du unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage? Die Sekte hat sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Ist das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was für Monster tun so etwas? Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was, wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Ich habe mich lange nicht mehr so sicher gefühlt wie hier drin. Wir freuen sich insgeheim, dass sie endlich einen Grund haben, sich in den Bunkern zu verschanzen. Ich hoffe, es hat 一 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020